willkommen zurück zu einem neuen video auf mein kanal freut mich dass du eingeschaltet hast heute spielen wir mal tower fell was ja noch nie auf meinen kanal kam schreibt gerne ideen in die kommentare was ich als nächstes für ein spiel nehmen soll ich habe mir gedacht tower fell ist generell so ein spiel was gut ankommt vielleicht ich weiß es ja nicht berlin komplett bei mir gut an aber man kann es ja ausprobieren und ja in dem heutigen video geht es wenn ich sterbe ist das video zu ende und das in tower fell wenn euch das video gefällt lasst doch gerne ein like da und abonniert mich gerne kostenlos wird mich ziemlich freuen und unterstützen und ich würde sagen wir fangen noch mal direkt jetzt an so haben schon einige geschafft oben zu sein deswegen ist es auch schon mal zwei die zeit ich meine ich werde ich sowieso nicht schaffen ich bin hier absoluter noob drin und ich hoffe ich gebe mir mühe leute ich gebe auf jeden fall mühe oh gott na gut ich bin ja nicht gestorben ich weiß nicht ob man bei den weißen dingern schon direkt stirbt wenn ja der miese direkt am anfang zu sterben wäre auf jeden fall miese noch mal versucht oh gott man stirbt aber dort safe das war einfach wir sind schon im gelben bereich wo geht es jetzt hier lang ach so da kommen diese fliegenden platten auf uns zu wieso springt die hier nicht drauf nein das ist doch eine hackerin was war das jetzt schreck ich nicht leute ich bin ganz komplett drauf die ist komplett weiter hinter mir ich stehe nicht mehr so weit drauf fall runter und sie nicht verstehe ich nicht na gut die runde werden wir sowieso nicht schaffen weil ich habe auch ein bisschen getrüttelt gerade mit dem obs programm aber die nächste werden wir auch noch machen wenn wir es überleben ich weiß ja noch nicht ob hier irgendwas noch zum sterben kommt da guckt euch das an kann sein dass diese dinger vielleicht bei denen anders sind das kann sein das geht hoch in der roten ebene angekommen jetzt gehen wir hier lang rechts oder links links ich habe das gefühl links ist immer gut okay hier sind glaube ich ja geschafft geschafft das war doch berührt alter hat das auf safe berührt ich habe so angst alter dass ich jetzt sterbe jetzt gucken wir euch mal mal Bis zum nächsten Mal.